Hallo, ich bin Ina Fuchshuber von Drömer Knauer, beziehungsweise bin ich Projektleitung von Neobooks. Und Neobooks ist ein Schauplatz der Digitalisierung, weil wir das E-Book-Label der Zukunft sind. Wir vertreten bei Neobooks die Community der Leser und der Autoren. Das heißt, bei uns können Autoren ihre Werke neu einstellen und dort bewerben. Und Leser können uns sagen, welche dieser Werke ihnen am besten gefallen. Die Top Ten aus den Werken, die dann bei uns bewertet werden, werden im Lektorat dann sofort geprüft. Und die Besten daraus kommen bei uns ins E-Book-Programm. Das heißt, wir sind der erste Verlag, der ein reines E-Regional-Programm hat. Und die Besten daraus entstandenen Werke werden dann für uns veröffentlicht und überall im digitalen Web vertreten.